Phasmophobia bekommt neue Maps und Features, Microsoft behält seine Verkaufszahlen weiter für sich und die Switch geht weiter weg wie warme Semmeln. Ich bin Natascha und das sind die News. Das Horror-Game Phasmophobia ist ein ziemlicher Hit geworden und zieht zahlreiche Spielerinnen und Spieler sowie auch Streamende in ihren Bann. Es handelt sich um ein kooperatives Horror-Erlebnis, bei dem man gemeinsam Lösungen für Rätsel und Probleme finden muss und dabei tunlichst nicht sterben sollte. Ursprünglich war noch ein PvP-Modus geplant, doch den hat das Studio jetzt auf die lange Bank geschoben, um stattdessen auf die bisher erprobten Kompetenzen des Spiels zu setzen. Jetzt kündigen sie in einem offiziellen Twitter-Post eine neue Map an, die soll dieses Mal kein weiteres Wohngebäude sein, sondern ein altes Gefängnis. Außerdem gibt es bereits Maps auf einer alten Farm, in einem vergessenen Highschool-Gebäude und natürlich auch in dem typischen verfluchten Irrenhaus. Ein Gefängnis passt also wunderbar ins bisherige Angebot. Außerdem posteten die Entwickler einen Screenshot aus ihrem Trello-Board, wo angedeutet wird, dass sie noch zwei weitere Maps in Arbeit haben, nämlich eine in einem Apartment-Komplex und eine zweite in einem größeren Anwesen. Außerdem arbeiten die Angestellten von Kinetic Games wohl noch an ein paar weiteren Features, laut Trello-Board kommen bald Nachtsichtgeräte und SLS-Kameras ins Spiel, das Wetter soll sich zufällig ändern und ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen sollen ins Spiel kommen. Und die Geister sollen noch ein bisschen fieser werden. In den letzten Tagen hat die Xbox Series X damit Schlagzeilen gemacht, dass sie mutmaßlich rauchte. Tatsächlich stellte sich der Rauch aber als Vape-Rauch heraus, den Leute von hinten in die Konsole pusteten, um sie dazu zu bringen, den Rauch nach oben wieder rauszublasen. Michi hat euch gestern schon erzählt, Microsoft rät offiziell und öffentlich ganz arg davon ab, an der sogenannten Vape-Challenge teilzunehmen. Nun kritisieren sich aber tatsächlich die ersten echten Kinderkrankheiten der Series X heraus. Dieses Mal scheinen die in erster Linie das Laufwerk zu betreffen. Zahlreiche Spielerinnen und Spieler melden auf Twitter entsprechende Probleme und berichten davon, dass die Konsole Discs gar nicht erst einziehen möchte oder die Disc hinterher nicht lesen kann. Andere berichten davon, dass die Konsole im Betrieb seltsame Klickgeräusche macht. Wie weit verbreitet das Problem ist, lässt sich derzeit schwer abschätzen. Microsoft hat bereits auf die Meldungen reagiert, allerdings nur geschrieben, dass die Produkte strengen Qualitätsstandards unterliegen und man solle zur Xbox Support Webseite gehen, um dort nach Lösungen für die Probleme zu suchen. Es ist durchaus üblich, dass es eine gewisse Ausfallrate gibt, Montagsprodukte oder kleinere Fehler, die nur eine Charge betreffen. Das muss nicht bedeuten, dass das ein allgemeiner Fehler ist, der komplette erste Herstellungslinie. Und wir bleiben nochmal kurz bei Microsoft, die wollen nämlich weiterhin nicht verraten, wie gut sich die Xbox Series X und S verkauft haben. Bereits vor einiger Zeit hat der Konzern aufgehört, die Verkaufszahlen der Xbox One zu nennen und diese Politik wollen sie mit der neuen Konsole weiter verfolgen. Selbst wenn die Series sich besser verkaufen sollte als die PlayStation 5, will Phil Spencer keine Verkaufszahlen nennen. Er setzt lieber auf aktive Spielerzahlen. Er sagt, wenn sie sich auf Verkaufszahlen konzentrieren, ergibt so etwas wie Abwärtskompatibilität oder die Spieler alle auch auf dem PC herauszubringen keinen Sinn mehr. Ihm geht es um die Zahl der aktiven Spielerinnen und Spieler und die wird er weiterhin öffentlich kommunizieren. Nintendo dagegen veröffentlicht fleißig die Verkaufszahlen in den Nintendo Switch und auf die kann das Unternehmen auch durchaus stolz sein. Wie bereits berichtet, haben die Verkäufe für 2020 alle Erwartungen übertroffen, so dass sich Nintendo vorgenommen hat, bis Ende des Geschäftsjahres statt 19 Millionen noch 24 Millionen weitere Konsolen auszuliefern. Da scheinen sie auf gar keinem schlechten Weg hin zu sein, denn alleine in den USA wurde im Oktober nochmal eine Dreiviertelmillion Nintendo Switch Konsolen verkauft. Damit setzt die Nintendo Switch ihre Rekordserie der meistverkauften Spielekonsole für 23 aufeinanderfolgende Monate in den USA fort. Mal sehen, ob sie das fortführt, aber wahrscheinlich kann sie das im November gegen die Xbox Series und PlayStation 5 nicht halten. Es sei denn, die haben doch noch weniger Konsolen hergestellt, als wir ursprünglich dachten. Bisher hat sich die Nintendo Switch weltweit knapp 69 Millionen Mal verkauft und ist damit auf Platz 12 der meistverkauften Spielekonsolen aller Zeiten, auf Platz 1 sitzt weiter unangetastet die PlayStation 2 mit 157 Millionen verkauften Einheiten. Es gibt ein Gerücht, das behauptet, Sony möchte Bluepoint Games kaufen. Das Studio hat gerade das Remake von Demon's Souls auf die PlayStation 5 gebracht. Bereits in den letzten Jahren war es ein verlässliches Second-Party-Studio, das unter anderem die Neuauflagen von Uncharted, Gravity Rush und Shadow of the Colossus entwickelt hat. Angeblich sei Demon's Souls nun ein letzter Test gewesen, um zu sehen, ob eine Übernahme sich lohnt. Ein Insider behauptet aus einer anonymen Quelle zu wissen, dass der Deal momentan finalisiert wird. Demnach müsste es in den nächsten Tagen offizielle Infos geben. Wie bereits bekannt war, werden Horizon Zero Dawn und Killzone Shadow Fall beide auch auf der PlayStation 5 spielbar sein. Nun hat Guerillia Games angegeben, dass beide Spiele neben der Abwärtskompatibilität außerdem den Safe Game Transfer von PlayStation 4 auf PlayStation 5 unterstützen. Außerdem verspricht das Studio 60 FPS für Killzone auf der PlayStation 5. Und das war's wieder für heute und für diese Woche mit den News. Morgen begrüße ich euch hier nochmal mit einer schönen Tasse Tee, Kaffee oder Kakao mit den Weekend News. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr definitiv den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch nicht weitere spannende Videos wie dieses hier über den PlayStation 5 DualSense Controller oder dieses hier, das der Algorithmus für euch ausgewählt hat. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß und guten Loops! Bis dahin, viel Spaß!